Hallo meine friedlichsten Friedlinge! Verpisst euch! Äh, das ist, äh, der letzte, das letzte Kapitel, äh, vor dem Bosskampf, äh, vor dem Bosskampf, nämlich ist das hier nochmal ein Miniboss, und zwar der Hurensohn, die Hurensohnen, sorry. Ich hab's Hurensohnen, so, die Hurensohnen, oh mein Gott, da ist ich. So, jetzt, äh, muss den Weg gehen, wie ich, sonst kriegen wir's nicht hin, von hier aus, nach da, nach da, nach da, nach da, die Gloss ist jetzt schon an, ja, ja, ich weiß, hier rennierst du kurz, dann rennst du rüber, bis hier hinter dem Baum, bis hinter dem Baum, dann tippet man sich hier ran, dann tippet sich nämlich auf den nächsten, dann musst du hier ran kommen, an den Stein hier, dann machst du diesen Move, wenn du das erste Mal spielst, bist du echt gut, dann gehst du hier hinter, und da ist sie ja ein bisschen tricky, ja, immer wenn man sich näher anzieher und annähert, tippet sich direkt weg die Uhr, äh, dann gehst du hier, dann ist sie nämlich beim nächsten Turm, und du stellst dich hier hinter, oder dein, da war ich aber noch einmal, weil ich, äh, nach rechts gehe, komm zurück, da ist, weil alle anderen Wege sind falsch, hier habe ich immer Karge verwendet, weil es einfach ist, dann habe ich mich hier intippet, und wie hast du das geschafft? Was? Die hat mein Fuß einfach abgeschossen. Ja, die ist, die ist richtig krass. Und die, äh, richtig krass. Neh mich zurück. Ah, übrigens, bei, äh, bei Schwer, äh, tauchen da auch diese Lichter, die dich verfolgen, auf, vom Bogenschützen. Eww. Hier, kurz, wenn du hier nötigst. Hier, kurz, wenn du hier nötigst. Ich spielst du oft unnötig, selber Schatten. Nein, war ich nicht. Ich hab noch keinmal Links-Sieb gedrückt. Doch, ganze Zeit da. Nein. Schon wieder auch. Doch. Ich hab's doch in der Aufnahme auch, und ich soll den Schatten auf dem Wohnen dahin. Hier, hier. Hier, hier. Hier ist eine dumme Hackerin. So, pass auf, die kann hier deinen Fuß töten. Hier, Kage verwenden. Hast du Kage? warte ja ich habe alle immer der taste ja das ist doch auf nee zum lieben von skill ich habe ich kann es dir nach noch kommen und jetzt kann man die hochlaufen und hier nochmal entdecken und jetzt ist sie weg alles gut so jetzt wird es ein bisschen tricky jetzt ist mir krasse du es alles interpretiert ja ich muss regeneraten ja du musst immer nach land bei den steilen nach an okay komm erst her wenn du voll bist gehst weiter wenn du voll bist ja hier kann man alles gut meine fresse da bist du voll muss 22 da kann sich doch glaube ich noch sehen und jetzt müssen schnell hier lang direkt hat mir fast den kopf abgeschossen jetzt ist er weg okay wir haben jetzt ein bisschen zeit haben wir checkpoint irgendwann ich habe das noch nie mit alle killen gemacht also doch habe ich habe ich aber ich erinnere mich nicht mehr daran dass schon ein bisschen näher hier müssen wir hier hinter und dann müssen wir den gehen und den da vorne weg wie dumm bist du eigentlich du bist uns kindern ja warum sagst du dann weg ich lasse mich von der krassen frau treten aber ich sehe ich nicht mal städte wir ja okay ich dachte ich dachte scheiß als die op haben in typen gilt wollen wir gleich noch mal fahrt durchspielen aber dass wir willst du noch mal fahrt durchspielen das ist noch viel witziger also eigentlich bist du bin ich hier vorher irgendwann irgendwann soll als real jetzt play ja ich dachte kurz auf dem warum ich nicht so sagen kann so ja wir müssen dann da wicke ich hin aber die dumme fotze sieht mich warte hatte alles gut nicht gut nicht gut digga dies op soll ich denke nein ich mache das ist ich schaffe ich verdrug mich auch bitte in den nächsten part was gut ich habe ihn dann die sens ist schnelles mutter kommt ja okay ich mein ja wie soll man den kill ohne ohne zu sterben wunder ich ach ja da habe ich mal jemand oder du machst da kann dir kann die einfach an die tröten ja warte kannst warten bis der hinter den links ist und dann musst du den okay dann kenne ich den anderen einfach okay aber erst auf mein kommando du kannst hier oben ins haus sein das ja aber ich habe ich bin doch hinterher gelaufen wollen also ich krieg's nicht hin meine fresse wenn ich trau mich die ein ja ganz knapp zu sehen weil wir machen das aber im nächsten teil nicht auffallen die guckt mich gerade der linke gegen stammt alles gut nee 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 das war einmal töten aber während das ist das im im wesen mit treibern okay alle töten im im wesen betreuen mehr alle töten jetzt aber nicht auffallen ist er auf ein bisschen ach so okay er ist halt so nicht läge ich mich ich ziele jetzt auf mich zielt aber sagt am besten ich habe eine gute idee als ich sage mal ja gehen nein ich habe eine gute idee weiter hat er sechs zwei zimmer was mich ist normal okay wir probieren da er hat doch nicht so gut ich hatte ja du siehst du was ich vorhatte ja aber so können wir den einkillen warte 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 ich habe eine bessere idee warte 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 jetzt gehen die beide dahin wohin auf die typen die eh zu mir und jetzt war es ein weiter und weg auf die licht auf die licht direkt aber er hat mit jahren macht es nach was das war ein bisschen ein das platziert auf mein schienen ab und dann machst du den Schatten gehen ein okay bei der den stein würde ich sagen hinter dem hier bei mir ja so und jetzt aber dann sieht er das nicht machen ein bisschen davor hatte oder ein bisschen eine sekunde ganz knapp jetzt kann die jetzt tritt man die sieg müssen dann nahezu da kommt oder auch nicht bei der wiffen aber ihr war der elke erlass ich mal kennen ich habe eine taktik schicken sie einfach zur nächsten zunde haben wir ja er frei gehen kurz hin wir gehen kurz hin und gehen nach soja soll ich einfach gehen er geht einfach du die hier sollte man ja sie ist weg alles gut eine bessere der warte mal kurz nein sie ist doch schon weg nichts weiß ich mache das mit dem anderen okay du musst ihn auch gehen aber die ist immer noch dort was soll man darf wahrscheinlich nicht weggehen ja dann bleibt dort nicht kill die kurz hatte wir machen das wieder hier mit dem schienen und so weiter also ich mache das mit schienen war da so schienen jetzt mache ich einen schönen doppelgänger hin ich mache weiter fakak so jetzt gehen die hin auch gerne nur fragezeichen der eines weg hast du die frau weg geholackt ja ja ich mache schon ich gehe schon weiter ich kenne dann einfach alle wenn die frau nicht da ist okay ist mein job machst du vor der hinteren mache ich nicht die hinteren die die blick bleiben hinten ach so ja ich habe mit vorderen eigentlich ich hab doch gesagt du machst du hinter und ich mache die frau nicht ach so vorderen meine ich war gerade selber verwirrt meine feste bisher bin ich jetzt gesehen helfen die entstattest nicht gestorben der kassel nicht erzählen dass mich da vorhin gesehen hat es geht gar nicht da ein eindringen aufpassen eines in gelb was auch mein gott sagt es nacht ich habe schon vorgedrückt länger und dann abwarten dann lassen wir uns erweiterung ist noch kurz weiß dass man kurz weiß ich mache das soll ich mit absicht ich kann beide anlocken oder ein mindestens ja die weiterweil okay beide sind tot Ah, perfekt Ah ne, das Kune ist schon nutzvoll Ja, aber es ist... Ich hab Angst... Ja, nicht nur das, aber... Äh, dass du einen abwürst und den dann ignorierst Nein... Hier ist einer bei den Grillen Danke für's nicht tun Also an meine Tastatur Jo, was ne Hackerin! Was ne Hackerin! Du standest richtig offensichtlich Ja, ja, aber wie schnell sieht sie das bitte? Ja, die verarschen Dann darf sie nicht hinstellen Den musst du wegglocken Ja, ich kann nicht verstanden Weil das hier mal nicht wieder... Muss aufhören Was ist wieder einer, gell? Äh, ich glaube, muss aufhören Ja, ne, ist nicht gelb Fuck it! Kommt er? Jo, wahrscheinlich Jo, wahrscheinlich Ach, was ein Loser Du bist jetzt 20 mal gestorben Schnappt ihn, ich bin tot Lass ihn mal... Lass ihn mal... Mach einfach nichts, warte kurz Ich kill beide Ich will den nichts tun zum 13 mal Ihr schafft das Jungs, komm schon So, jetzt... Du bist so... Ja, du musst dich killen lassen Das war so gecheatet Über sein Kopf war dieses rote Zeichner Wurde auf einmal doch nicht reingesogen Was machst du denn, dass du gegen drei Stück verlierst? Hä? Hä? Ich verliere nicht gegen die Er hat einfach getwittert... Er hat einfach getwittert... Er hat alles Geld Nicht Dinge Ja, ja, ich weiß Es ist ein bisschen zwei Geld sogar Ich muss ihn einfach so killen Scheiß, ach, dann geh ich einander mit dem Kunai da hinten Den Bastard Hast du ihn gekillt? Hm? Nee Hast du nicht den hier, den nicht gekillt haben wolltest Ich geh keinen von dem man checkst du Ja, du hast gesagt, er ist gerne, dass du killst ihn Warte, warte Ja Boah, das ist gerade ein Play von mir Alter, als ich hab... Boah, ich hab dich so gesaved, man NP Hä? Ah, haha Ah, danke für nichts Ach, Junge Ach, mein Spiel Ganz Zeit verlieren wir wegen dir Permanent Junge, der TP ist nicht rein Einer ist rot Also, weil der die ganze Zeit kacke seine Sicht wird Ja, das ist das, was ich meine, das ist... Boah, ich hab das Game weg Krass, programmiert Es gibt einen zweiten Teil, und so Es kommt ein zweiter Teil raus Ein gut programmierter Er sieht ganz anders aus Also, ich hoffe, man ist gut Hä? Maul auf dir jetzt nicht hin, der eine läuft zu dir Ja Meint er mich... Hast du ihn gekillt? Nein Ah, nicht den hier Ach, da ist er mit einer an rot Ich geh nicht für dich Die Fotze sieht mich auch nicht gut, kümmer Oh, oh, sag ja der andere Wohl scheiß Kuner, Erwin Ne, 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 der wäre viel zu offensichtlich Sind alle gesehen Ich bin einfach weggegangen Weil er war nur Fragezeichen Nicht ausrufezeichen Er sieht Blut Sag's mal richtig Ausruf Funkszeichen Okay, 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 warte Ich werde mit dem Kuner Oh, ich bin so ein Skeller Komm, 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 komm Achtung die Frau glotzig an Nein, guck sie überhaupt nicht Das hat auch die guckt schon in deine Richtung Die, die riecht es Ich weiß, sie guckt immer her Nein, nicht jemand Eine Geld, haben wir auch auf die Trinke zurück Ja, ja Haben wir alle? Ah, du Geld sind, nein, komm Ja, wir, oder? Ja, ist sie ein gutes Problem? Ach so, auf die hab ich gar nicht, ja, ja Wo? Ich hab' ich komm' nicht vergessen, wenn er will Aber ich finde den Mini-Boss cool, weil der schwieriger ist Also Ja, ja Ja, ja Was ist der einzige bis jetzt? Ah, wir haben einen Übersprung Ah Aber ne, die ist nicht weit weg Ich geh' hol' Oder doch nicht Ich bleib' mal hier vorne Man kann nicht zurücklaufen Einfach zum ersten Teil Doch, natürlich Oh, wie geil Ich bleib' mal weiter hier vorne, damit die nicht auf die Gedanken kommen Ich geh' jetzt die Schriftrolle holen, da auf einmal ist sie da vor mir Und schießt mir richtig ins Gesicht Hast du das? Ne, ne, warte Hier vorne irgendwo So Ah, ja Ey, da wollte ich sogar wirklich kurz hoch, weil es so offensichtlich aussah Wie man in der Aufnahme dachte ich ja richtig wie so'n voll Depp hoch und glotze Okay, jetzt nur noch eine einzige Schriftrolle am Ende Hm, hier kommt noch mal ein Part, alles gut Ja, ja Und dann ist das Spiel sogar fast schon vorbei Ist der Boss schwierig? Nein, überhaupt nicht Also, falls die Frau schwieriger? Das ist der schwerste Vor allem auf schwer Ja Ja, wegen den Lichtminen Ja, okay, dann gehen wir jetzt weiter einfach Okay, gut Weiter im Programm So, dann Dieses Blitzen hat mich auch übelst ab, ne So, kann mehr Machen wir auf normal oder auf einfach gerade? Wir machen auf normal Ah, okay Bei einfach ist wahrscheinlich das Blitzen komplett weg, ey Ja, was? Das Blitzen manchmal blitzt und dann hast du doch keinen Schatten mehr Keine Ahnung, ich hab' leicht nicht gespielt, nur normal und schwer Ja Oh, die Schriftlage ist hinter mir da hinten irgendwo Ja, hol sie kurz Ja Hi Aber wir haben jetzt einen neuen Checkpoint, gell? Ja Okay, jetzt hab' ich alle Fähigkeiten Echt? Ja Ist das letzte Level, der? Ja, kann auch Oh, nicht gut Ja, ich hab' diese Form enttäuscht Wer ist eigentlich der Egg Boss? Ich glaub' Yumiko Na, wie du nicht sagst, Scheiße Sie nicht Warte? Das will ich jetzt mal testen Ich bin so ein Idiot, egal Oh, ich könnte gleich getötet werden Bitte nicht Nein, 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 nein Oh, okay, der, äh, Töterröd Ja, ja, ich hab' mich gelassen Ja, lass mal bei einem Mokuman, warte kurz, wenn ich mich bei einem Mokuman da hinten Na, ich brauch's Ich brauch's Oh, Alter hat es einen dicken Radius Überhaupt nicht Ich will hier, guck' er aus Nicht gut, nichts, gut, nichts, gut Ich kann mich nicht, mach' die Leiche weg Er kommt, er kommt, da war nicht so klug, ja Ja, ja Aber die hat doch, wie ist jetzt die einmal gespielt, als die eine Leiche gesehen hat Soll ich dir, soll ich mich nochmal umbringen, ja Ja, ja, komm' noch einmal Aber, hallo, was, sie kann Ich glaub' ich kann gar nicht, Trade Night 6 Ne, ne, tut's ja nicht Hä? Warum interessiert ich davon? Täglich Es sah alles aus wie als wäre das Schatten Du hast dich halt nicht von der, äh, von der sehen lassen, generell nicht Nee, von der Frau Ich glaub' das hier, es sieht ja alles aus wie als Schatten, wenn da kein Schatten sind, so neutral ist So, langsam, Rocco So, warte, ja, okay Bitte, 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 bitte Bevor's orange wird, los Oh, scheiße Auffassen Warte, warte Oh, oh Äh, er kommt, er kommt, er kommt Auffassen Nein, alles gut Äh, lasst den hier erstmal an Ruhe Den kriegen wir vorher nicht Außer wir locken ihn, doch, Glocken Warte, ich Warte, ich hab' ne bessere Idee Mach schnell Krasse Idee Achtung Ich hab' gelockt Alter, was? Boah, hat sie jetzt mich gekillt deswegen Ich bin so ein Killer, muss ich sagen Ja, du, das killst sogar nicht Warte, was? Sie seht ihr noch? So, wo ist die, hä, ist die am Hacken, Digga Ja, jetzt geht die aufs Maul Naja, wir müssen die andere Seite noch tun, aber jetzt ein Checkpoint Kann ich hier unten in TPN so richtig stylish? Ja Krass gemacht Ich dachte, ich kann zu überspringen Ich dachte, ich denke tatsächlich, ich bin hier in Mario Du musst Schatten da unten setzen Warte, ich weiß Aber ich kann da nicht hin Ach, ich hab' keinen Schatten Ich hab' keinen Schatten-Energie Nee, ich mach das jetzt Mit Pechers musst du noch mal sterben Ach, Degg, wie viel Sch... Lass mal lädt sich die Scheiße auf Du bist, glaub ich, jetzt nicht gelaufen Ach nee, wegen dem Blitz, der manchmal kommt So Hä? Ich kann da nix platzieren? Guck mal, wie nah ich bin! Jetzt! Alter, wie nah muss man denn bitte ran? So Ja, ja, cheater du dumme Fotze Hiii Ich geh' so lang zurück Sack! Ah, den hab' ich vergessen Scheiße, sorry Ich mein' ich spiel' das Spiel zum ersten Mal Level Nee, hast du vergessen, dass da jemand sein könnte Wie? Ach so, ich dachte alles von der rechten Seite ist tot Das ist ja krankig gewesen, bei Schwer zum Beispiel Oho! Nee, alles gut, alles gut, nicht schlimm Ich kenn den linken Alles gut, der will gleich Ich sag den hier hinten, killst du Dachte ich auch kurz, aber der Typ ist ja angekommen ach so dann habe ich eine bessere idee als das bleibt mal hinten okay guck mal zu wie der meister das macht okay guckst du zu durch bin hinten ja genau das sollte ich machen aber in kombination mit schienen ja mal geplant war der typ kommt jetzt hinten jetzt doch ich den so an ohne glöckchen weil kummer was auch was auch was auch in der gleiche ausrufe zeichnen wird der mädel sofort blitz ja das sind zwei nicht mal links will ich meine challenge bogenschütze von der typ der typ oh sie sind so dumm gott sei dank sind so schlechte bogenschützen ja der eine dritte röd doch wird schon egal egal weil wir waren andere was soll ich hatte kennen die ja ich habe die geblendet eine stadt ich hatte bis weg gerannt jetzt der moment schien fahrt ab die bohle jetzt die gegen uns kämpfen ja die box uns jetzt enden tippe ich auch das ziemlich weit ne dafür kriege ich mich nicht noch mal ne die anderen checkpoint hallo hallo wir im checkpoint ach du kleiner mieser hacker ach so ne jetzt ging die nein nein das kommt der nächsten kapitel und damit tschüss denk ich mal tschüss